Joach, willkommen zu einem neuen Video. Hier ist erstmal der neue Shop. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator-Code eingeben würdet. Rechte in dem Shop. Einfach Arian auf N eingeben. Ganz einfach. Geht ganz schnell. Und es haben einfach über 60% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht mal abonniert. Also mehr als die Hälfte. Also da vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, heute gibt es auf jeden Fall eine echt schwere Challenge. Also ich denke mal, die wird echt schwer. Und zwar werde ich nur eine Waffe in meinem Inventar haben dürfen. Also Items, Schildtränke, alles kann ich mitnehmen. Nur von Waffen. Halt nur eine Waffe. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. So, ich dann mal hier direkt in Lazy Lagoon. Und liegt hier irgendwo eine Waffe. Ja, okay. Dann nehme ich jetzt mal nur die MP. Soll ich lieber Shotgun oder MP? Ich weiß nicht. Komm, ich nehme jetzt erstmal nur die taktische. Über mir ist auf jeden Fall einer. Nein. Nein, jetzt hat er sich die Pump geholt. Nein. Alter, der ist so nervig. Alter, wenn ich gewusst hätte, dass er so wenig Leben hatte. Soll ich die taktische oder lieber die Pump? Ich weiß nicht. So, Items kann ich ja alle mitnehmen. Taktische oder Pump? Äh. Ich nehme mal die Pump. Keine Ahnung. Ich mag... Oh. Aber da ist keine Money drin. Okay, ich nehme doch lieber die taktische. So, hat der eine hier noch Loot? So, nice. Jetzt kann ich die Pump mitnehmen. Jetzt habe ich keine Money. Alter, wie viele Paletten hier sind. Bekommt man auf jeden Fall Vollholz. So, ist jetzt noch irgendwo einer? Ich weiß es nicht. Nein! Was? Wie war ich jetzt nicht geflogen? Okay, da sind Gegner. Und gestern ist ja das Nvidia-Set. Ah, der will da rein. Nein. Ja, gestern ist auf jeden Fall das... Okay, ich kümmere mich erstmal um den Gegner. Okay. Alter, ich habe einfach fünf Vigis dabei. Also gestern ist auf jeden Fall das Nvidia-Set in den Shop gekommen. Das Ding ist, den männlichen Skin hatte ich schon davor. Und jetzt ist die Frau halt noch dazu gekommen. Der Nvidia-Set. Just a Kill, Bro. Heißt der. Okay. Okay. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ja, bei den Nvidia-Skins. Ich hatte halt schon den männlichen davor. Aber mich stört es jetzt nicht wirklich, weil ich habe den Skin in den davor gespielt. Und ja, deswegen kann es sein, dass das Galaxy-Set jetzt auch wieder kommt. Ich hoffe zwar nicht, aber mich würde es jetzt nicht so stören, wenn ihr meinen Creator-Code benutzen würdet. Arjen der Fan. Nein, Spaß. Aber, keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht so geil, weil das sind eigentlich, wie nennt man das, exklusive Skins. So, da ist erstmal der nächste Gegner. Der ohne Headset? Was macht der denn? Hä? Hä? Okay, das müsste eigentlich ein Easy-Kill sein. Ach ja. Oh, nice Hängegleiter. Die sind ganz wichtig. Ah, ich weiß nicht, Sturmgewehr? Oder Pump jetzt? Komm, ich nehme mal das Sturmgewehr. Damit es auch ein bisschen Abwechslung gibt. Ich denke mal, ich werde im Kampf die ganze Zeit aus Reflex auf meine Schildtränke wechseln. Und ich denke, dass ich eine Papp dabei habe. Und ihr könnt ja auch gerne mal ein paar Challenge-Ideen in die Kommentare schreiben. Was ich so in nächster Zeit drehen könnte. Soll ich lieber in die Zone oder den fighten? Gegen einen guten Spieler wird es halt echt schwer. Mitten und einem Sturmgewehr. Wenn er eine Pump und alles hat. Ah, die fighten, okay. Mal gucken, ob ich den hier irgendwie abfangen kann. Okay, da müsste jetzt eigentlich irgendwo einer kommen. Wo ist er? Ah. Ah. Ach nee, nicht so einer. Okay, am Anfang dachte ich, der wäre echt gut. Oh, nice, die Shotgun. Aber, keine Ahnung, was er jetzt am Ende gemacht hat. So, ich trinke mal den Biggie. Dann kann ich auch noch was anderes mitnehmen. So. Aber was sich auch die Gegner denken müssen, wenn ich sie kille. Und sie mir da zuschauen. Und dann mein Inventar sehen. Hier sind zwei, aber da oben ist noch einer. Äh. Soll ich auf den warten, oder? Ich dachte vielleicht geht ein Einseit rein. Okay, vor mir ist auf jeden Fall einer. Nein, der trinkt gerade, oder? Soll ich auf jeden Fall. Der ist nicht schlecht auf jeden Fall. Okay, MP oder Pump? Ich muss mich entscheiden. MP oder Pump? Komm, ich bleib jetzt bei der Pump einfach. Mein Ziel ist es eigentlich nur 10 Kills zu schaffen. Nein, wie süß. Aber du bist mein 10er-Pil. Ey. Nein. 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 Der hatte ein HP. Okay. Das war so meiner. Okay, jetzt kann ich eigentlich chillen. Ah, der musste mir kommen. Ja, er ist gar nicht mehr gut. Nein. Ich will den Kill bekommen. Okay. Okay. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vertraue dir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesse nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code ARENA wird nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.